Hallo meine Freunde! Wisst ihr, ich fühle mich heute hier wie zu Hause. Also zu Hause ist Stimmung auch so, ich glaube heute ist hier noch ein wenig besser. Denn heute ist mehr los als zu Hause, deshalb fühle ich mich heute hier sehr geborgen, Freunde! Das ist jetzt kein Scheiß so nach dem Motto, ja du kannst ja viel erzählen, hast Mikro in der Hand. Ich meine das ernst! Und jetzt kommt ein Spruch, den wollte ich schon immer mal bringen. Essen, was trinkt ihr? Was trinkt ihr? Was trinken wir? Was trinkt ihr? Was denn jetzt, Blut oder Bier? Wie? Drink your blood! Was trinkt ihr? Wie? Was du? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020